Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genu Solo. Wir spielen Mage Knight, die verschollene Legion. Starte mit dem zweiten Tag gegen Volker. Viel Spaß dabei. Willkommen zurück, liebe Mage Knight-Freunde. Wir haben unsere Kartenhand für den zweiten Tag und versuchen uns noch weiter zu stärken, um General Volker dann irgendwann entgegentreten zu können. Wir haben recht gut an Kristallen gesammelt. Zwei Einheiten haben unser Treueband, was wir ja gerne mit einer Einheit befüllen wollen. Nur das Einheitenangebot zur Zeit ist nicht wirklich gut bzw. es sind schon ein paar zwei gute Einheiten dabei, aber wir haben nicht die Örtlichkeiten, um diese in der Nähe zu rekrutieren. Aus diesem Grund werden wir jetzt etwas Bewegung investieren, um vielleicht ein oder zwei neue Planteile aufzudecken, um zu sehen, was sich dort verbirgt. Vielleicht finden wir den ein oder anderen Ort, um was Neues zu rekrutieren. Gehen wir mal rüber zur Landschaftskarte. Dann haben wir Wulforg hier direkt ja vor diesem See. Können leider nicht hier rüber, um das hier drüben aufzudecken. Heißt, wir hätten nur den Weg hier nach Süden, sage ich jetzt mal, oder hier nach oben. Ich werde wahrscheinlich, auch wenn Wolke etwas näher ist, aber ich hoffe ja, dass er vielleicht langsam mal diesen Weg einschlägt. Wenn nicht, muss ich mich dann vielleicht doch zurückziehen. Mal sehen. Aber der Weg 1, 2 ist kürzer, um das aufzudecken, als 1, 2 und 3 Felder mich zu bewegen. Außerdem könnte ich mir hier ja noch ein paar Ruhmpunkte angeln, um dann aufleveln zu können. Mir fehlen nämlich nur noch 2 und diese Einheit hat genau 2 Ruhmpunkte, um für das nächste Level zu bekommen. Und deswegen möchte ich jetzt gerne erstmal dieses Planteil aufdecken. Heißt, ich brauche 3 Bewegungspunkte, um mich hier hin zu bewegen und 2, um das Ganze aufzudecken. Heißt, in Summe, wir brauchen 5 Bewegungspunkte und da spiele ich natürlich unseren Fußmarsch für die verstärkte Wirkung. Brauche dafür ein grünes Mana, was ich in der Manaquelle zwar nicht habe, aber dafür das Goldene und das genügt mir da genauso. Und mit dem Goldenen Mana verstärke ich den Fußmarsch, habe jetzt Bewegung 4, brauche noch eine Bewegung. Und da würde ich die Ruhe seitlich spielen, heißt ein weiterer Bewegungspunkt kommt dazu und ich habe die 5 Bewegungen, die ich brauche. Auch die 3 Bewegungspunkte hierhin habe ich ja schon gesetzt, das heißt die 2 weiteren von den 5 jetzt hier zum Aufdecken dieses Planteiles. Und da hoffe ich, dass wir ein bisschen was zum Rekrutieren dabei haben. Nicht wirklich viel, legen wir das Ganze mal an und dann sieht das angelegt so aus. Heißt, ich habe jetzt hier ein Dorf relativ nah bei Wolke, da in die Nähe zu rücken wäre ja relativ gefährlich. Haben da hinten ein Ork, da brauche ich noch ein Blättchen. Und da kriegen wir dieses Mal was Neues. Das sind Katapulte. Gucken wir uns die mal im Detail an. Dann haben wir diese Ork Steinschleudern, wie sie richtigerweise heißen. Und die haben eine neue Fähigkeit mit der Verschollene Legion mitgebracht. Und zwar die Fähigkeit Lästig. Ja, Einheiten, die lästig sind, haben meist starke Angriffe, was wir ja sehen hier mit 7 Donnern die rein. Ja, das kennen wir, sie sind befestigt, also man kommt nur mit Belagerungssachen durch, nicht mit Fernkampf. Und sie sind auch noch physisch resistent, das heißt physische Angriffe würden das Ganze verdoppelt. Aber was heißt das Lästig? Das Lästig heißt eigentlich nichts anderes, dass ich für das Blocken auch Bewegung benutzen kann. Weil es sind Einheiten, die haben zwar einen starken Angriff, man kann ihnen aber leicht ausweichen. Und deswegen darf man hier für das Blocken auch Bewegungspunkte verwenden. Achtung, ganz wichtig, ihr dürft keine Bewegungspunkte verwenden, die ihr aus eurer Bewegung eventuell noch übrig habt. Ihr müsst sie neu generieren. Das ist ganz wichtig. Ja, und das ist die einzige Neuerung, die das Ganze mit sich bringt. Ob wir die aber angreifen, hier hinten in der Ecke, das kann ich nun wirklich jetzt noch nicht sagen. Ich glaube es aber fast nicht, weil Wolkja ist einfach zu nah. Ja, und ich will schon hier noch aufdecken und dann vielleicht doch zu den anderen Planteilen gehen, um mir dort vielleicht noch stärkere Einheiten holen zu können. Und mehr möchte ich diese Runde nicht tun. Die Bewegung spare ich mir mal noch auf. Vielleicht habe ich Glück, dass ich noch ein bisschen mehr Bewegung kriege, um vielleicht das Aufdecken des Zentralplanteils in Kombination mit dem kleinen Org, den wir da hinten in der Ecke ja noch vielleicht angreifen wollen, ja zusammen hinbekommen. Außerdem habe ich ja auch noch die Planung. Da sollte ich schon mindestens zwei Karten dann auf der Hand haben. Um jetzt gleich sechs Karten nachziehen zu können. Das heißt, wir räumen auf und machen nichts weiter. Die gehen in die Ablage. Dann werfen wir die Mana-Quelle neu und haben ein blaues Mana. Das legen wir zurück in die Mana-Quelle. Dann kann ich jetzt meine Kartenhand wieder aufziehen. Haben hier Eisfernangriff. Haben Mana-Quelle. Haben ein Handkartenlimit von fünf plus die eine von der Planung. Heißt, ich darf sogar eine sechste jetzt ziehen. Und habe Improvisation. Das hilft mir natürlich gegebenenfalls mit der Bewegung weiter. Okay. Aber jetzt ist erst mal Wolker dran. Und General Wolker wird eine Bewegung gemäß einer weißen Aktionskarte durchführen. Bedeutet, er kommt weiter auf und zu. Ist klar, macht er ja jede Runde. Aber diesmal in die Richtung. Und ist ganz nah am Dorf. Ja, und ich glaube nicht, dass wir hier lang gehen sollten. Vielleicht kurz aufdecken. Und dann aber schleunigst Fersengeld geben. Weil wenn Wolker angreift, da wären wir jetzt noch nicht bereit für. Aber jetzt sind wir wieder am Zug. Und dann werde ich als erstes ganz, ganz viel Bewegung generieren. Als erstes spiele ich Improvisation. Die verstärkte Wirkung. Und dafür benötige ich ein rotes Mana. Und davon habe ich genug in der Mana-Quelle. Nehme ich hier so einen Würfel raus. Und mit dem Würfel verstärke ich natürlich die Improvisation. Habe jetzt fünf Bewegungen. Muss dafür aber eine Handkarte ablegen. Ja, und da nehme ich ja hier diese Verbissenheit. Dann haben wir diese fünf Bewegungen. Möchte aber noch eine sechste Bewegung haben. Und dafür nehme ich die Erschütterung. Spiele sie seitlich. Und habe eine sechste Bewegung dafür. Und diese sechs Bewegungen verwende ich wie folgt. Zwei Bewegungen auf dieses Feld. Zwei weitere sind wir dann bei vier zum Aufdecken dieses Zentralteiles. Und wie ihr seht auf dem Zentralteil, wir haben hier eine Brutstätte, ein Grabmal und ein neues Kloster. Das Kloster heißt für uns, wir ziehen eine neue erweiterte Aktion und legen sie dem Einheitenvorrat. Hinzu ist Spaziergang eine gute Bewegungskarte, welche wir dann hier hin platzieren. Damit habe ich jetzt das Zentralteil aufgedeckt. Bedeutet in der nächsten Runde darf ich jetzt auch Eliteeinheiten von unserem Einheitenstapel aufdecken. Und vielleicht ist da ja noch was Schickes dabei. Ich werde jetzt auch nicht fokussieren, jetzt hier in dieses Kloster zu gehen, weil da ist mir Wolke einfach zu nah dran. Ich werde meine letzten zwei Bewegungspunkte, wir haben ja zwei hierhin, zwei zum Aufdecken. Und von den sechs bleiben noch zwei übrig. Einfach Wohlfork nehmen. Und jetzt hier zu diesen kleinen Ohrklingen gehen. Und diese einfach mal ganz frech provozieren, denn ich brauche ja noch zwei Ruhmpunkte. Und dann würde ich ja meine Armbrustschützen benutzen für Fernkampf 2. Plus noch den Plattschuss dazu, den darf ich ja einmal verwenden, für eine gespielte Karte. Es heißt Karte, nicht Aktion, Angriff oder Zauber. Jede Karte ist gemeint, aber ich muss halt eine Karte spielen. Ich kann es halt nicht aus der Kalten irgendwo spielen. Und deswegen nehme ich die Karte unserer Einheit mit Fernangriff 2, liefere sie und erhöhe den Fernangriff um ein weiteres. Und das reicht aus, um halt diese ja unbefestigten, leichten Ohrklinge zu besiegen. Und wir kriegen zwei Ruhm dafür. Aber nicht nur zwei Ruhm bekommen wir, sondern wir leveln am Zugende auch noch auf. Und bekommen auch noch für den Ork, den wir ja den Umherzigen besiegt haben, noch ein Ansehen dazu. Und dann räume ich natürlich meinen Spielbereich auf. Alle gespielten Karten gehen in die Ablage. Der Mana-Würfel wird neu geworfen und schwarzes Mana nützt uns gar nichts. Kommt aber erstmal wieder zurück in die Mana-Quelle. Dann dürfen wir natürlich noch aufleveln, kriegen ein neues Command-Token dazu. Übrigens, wenn ich dann Einheiten rekrutiere, ich kann mir aussuchen, möchte ich sie hierhin tun oder hierhin. Ich muss nicht der Reihenfolge entsprechend gehen. Heißt, wenn ich die Einheit nicht unbedingt in Treueband zuordnen möchte, sondern diesem Token kann ich das gern tun. Ja, wir haben jetzt ein Handkarten-Limit von 6. Haben drei Karten auf der Hand noch, das heißt mehr als zwei. Das heißt, mein Handkarten-Limit ist nochmal um eins erhöht. Das heißt, sieben Karten bedeutet, ich darf noch vier Karten nachziehen. Und da haben wir Zusicherung, Bedrohung, Eisschirm und Fußmarsch. Bisken-Bewegung, Einfluss ist dabei. Ja, das könnte uns auch noch nützlich sein. Wir haben noch Fernkampf dabei. Ja, schauen wir mal, was wir nächste Runde machen. Erstmal ist Wollkehr dran. Eine kleine Sache hatte ich letzten Wollkehrzug vergessen gehabt. Er hat eine weiße Aktionskarte gezogen. Heißt, er verbraucht auch weißes Mana aus der Quelle. Und dieser weiße Mana-Würfel liegt auch noch drin. Da war auch letzte Hunde noch drin. Den hätte er jetzt verbraucht. Da wir ihn nicht gebraucht haben, ist alles in Ordnung. Nichts passiert. Wir holen das jetzt noch nach. Ja, und weiß kommt wieder. Und in dem Sinne ist auch alles wieder in Ordnung. Dann haben wir dies schnell korrigiert. Aber jetzt ist Wollkehr mit seinem eigentlichen Zug dran. Und er bekommt eine blaue Aktionskarte. Bedeutet für ihn, er bewegt sich weiter in diese Richtung zu. Ja, wenn wir dann hier vorbei wollen, müssen wir uns schleunigst beeilen, bevor Wollkehr uns den Weg abschneidet. Und da es eine blaue Aktionskarte war, verbraucht er natürlich auch das blaue Mana. Das ist nicht gut, weil blau wäre eigentlich für uns gut. Ja, nochmal weiß. Okay, besser als gar nichts. Dann war das sein Zug und wir sind wieder dran. Und dann muss ich jetzt versuchen, so schnell wie möglich hier rüber zu kommen. Habe noch zwei Planteile, die so ein bisschen in Reichweite sind, so ein Aufdecken. Hier nach hinten laufen bringt gar nichts. Ich könnte zwar an ihm jetzt hier hinten vorbei und hinten rum laufen, aber da brauche ich so viel Bewegung. Er wird schnurstracks hier zum Portal gehen. Das könnte zeitlich sehr, sehr knapp werden. Deswegen werde ich jetzt versuchen, hier runter zu kommen, die zwei aufzudecken, gucken, ob wir hier noch irgendwas erobern können, noch Einheiten rekrutieren können. Zur Not hier unten haben wir ja das Flüchtlingscamp. Hier haben wir die letzte Bastion, wo wir uns noch Einheiten holen können, wenn wir dann Einfluss haben und auch noch freie Tokens. Haben auch noch ein bisschen was zum Aufleveln. Das wird jetzt so der Masterplan sein und versuchen dann irgendwann hier hinten, kurz vorm Portal, Wollkehr abzufangen. Ja, sprich, wir brauchen vier Bewegungen. Hier hätten wir drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, um erstmal bis hier hin zu kommen. Und acht Bewegungen, dafür brauche ich auch nur zwei Karten, braucht zwar die verstärkte Version, das heißt, ein grünes Mana muss ich aus dem Vorrat nehmen für Bewegung vier, aber für die anderen Bewegungen vier, um dann insgesamt acht zu bekommen, brauche ich ein weißes Mana, aber zum Glück habe ich da ja genug in der Mana-Quelle und das nehme ich natürlich auch, um die schnellen Reflexe zu verstärken. Und habe jetzt insgesamt vier und nochmal vier, acht Bewegungspunkte. Und somit drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Und das war es für mich auch diese Runde schon, das heißt, dieses Mana geht wieder in den Vorrat zurück, die beiden gespielten Karten in die Ablage, mehr habe ich ja nicht gespielt. Und ja, Mana-Würfel bringt uns ein schwarzes Mana. Na gut, und damit wird unsere Mana-Quelle dunkler und dunkler und sie nützt uns nicht wirklich was. Dann ziehen wir wieder Karten nach auf sechs plus eins, das heißt sieben, haben einmal Wut dazu und Kristallisation. Leider keine Bewegung. Dann ist jetzt Volker dran und wir hoffen mal, dass er eine kleine Pause macht. Und er zieht, von wegen Pause, eine blaue Zauberkarte. Das heißt, er bewegt sich jetzt entlang des blauen Pfeiles um zwei Felder. Bedeutet, eins, zwei, er steht neben uns, wird ihr im nächsten Zug eine rote Karte ziehen, eine rote Aktionskarte oder eine rote Zauberkarte, würde er Wolfhawk eingreifen. Und das hoffen wir mal nicht. Dann müsste er jetzt noch blaues Mana verbrauchen. Ja, wir sehen, wir haben noch schwarz, weiß und rot drin. Das heißt, kein Mana wird von ihm verbraucht. Und somit sind wir wieder am Zug. Und dann seht ihr das Dilemma, was ich habe. Ich bin jetzt von Volker quasi eingekesselt. Habe hier, sehe, hier sehe, das heißt, ich komme dort nicht vorbei. An Volker selber sowieso nicht, es sei denn, ich greife ihn an. Das werde ich aber in meiner Verfassung momentan noch nicht tun können. Jedenfalls nicht erfolgreich. Deswegen bleibt mir nur übrig, hier mich nach hinten zu begeben. Heißt, ich muss wenigstens, ich habe ja keinerlei Bewegung auf der Hand, wenigstens zwei Karten seitlich spielen, um zwei Bewegungspunkte zu generieren, um wenigstens eins aufzudecken, damit ich im nächsten Zug dann mich etwas von Volker wieder entfernen kann. Das heißt, ich muss hoffen, dass Volker keine Angriffskarte zieht. Und dann werde ich als erstes die Kristallisation spielen, in der normalen Version, um ein bisschen Platz in meiner Hand zu machen, in der Hoffnung, dass hier noch ein bisschen Bewegung drin ist, um dann im nächsten Zug voranzukommen. Das heißt, einfache Version. Ich brauche einen Mana-Würfel aus der Mana-Quelle. Und dann nehme ich natürlich rotes Mana, weil weißes habe ich genug. Da habe ich auch meine Illusionisten, die mir da helfen, weißes Mana zu generieren. Deswegen der rote Mana-Würfel. Und da benutze ich ja, wie gesagt, diesen roten Mana-Würfel dafür, um mir einen roten Kristall zu besorgen. Und jetzt brauche ich ja noch zwei Bewegungen. Ja, ich spiele jetzt ein bisschen riskant. Wie gesagt, sonst muss ich dann einen Rückzug machen, falls Volker mich angreift. Was dann passiert, werde ich jetzt gleich euch mal auf der Karte erläutern, was wäre, wenn. Aber ich brauche erst mal zwei Bewegungen. Und dann nehme ich hier die Wut und diesen Schneesturm. Seitlich gespielt bedeutet zwei Bewegungspunkte. Und dann decke ich hier dieses Feld auf und hoffe, dass wir da was Schönes kriegen. Es ist auf alle Fälle eine Burg schon mal dabei. Okay. Dann, wie gesehen, eine Burg bis abseits. Das ist natürlich wieder unglücklich. Und wieder ein Magieturm. Brauchen wir wieder zwei Plättchen. Somit einmal grau und einmal lila. Schön verdeckt lassen, denn nur benachbart am Tag dürfen wir sie aufdecken. Und dann platzieren wir sie dementsprechend hier hin zum Magieturm. Wir haben ja auf alle Fälle nächste Runde hier ranrücken, sofern er uns lässt. Dann will ich euch jetzt kurz erläutern, was passieren könnte. Wenn Volker jetzt eine Bewegungskarte, grün oder weiß oder blau, zieht, dann wird er sich hier weiter bewegen. Alles in Ordnung. Er zieht weiter. Er will seine Quest in das Portal zu kommen absolut erfüllen. Ihm interessiert er nicht, obwohl Volker jetzt neben ihm steht oder nicht. Er will seine Mission erfüllen. Zieht er hingegen eine rote Karte, egal ob Zauber oder eine normale Aktionskarte. Dann ist das seine Angriffsaktivität. Das heißt, er schickt seine Armee zu uns. Er selber bleibt auf dem Feld. Immer ganz wichtig, wenn er Angriffskarten spielt, bleibt er selber dort, wo er ist. Er schickt seine Armee. Und wenn der Kampf vorbei ist, entweder ist er besiegt, dann ist es ja eh vorbei, weil dann haben wir gewonnen. Aber wenn er seine Armee halt immer noch welche übrig sind, dann gehen die Armee dann wieder zurück. Und der Spieler bleibt so, wie er ist, stehen. Aber grundsätzlich habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn eine rote Angriffskarte gezogen wird, dann kann ich mich dem Kampf stellen und muss halt gegen seine Armee antreten. Besiege ich sie, habe ich gewonnen. Besiege ich nicht alle Einheiten. Dann gibt es noch ein paar Regeln. Die würde ich dann später auf alle Fälle noch erläutern, wenn es dann zum Kampf kommt. Auch dann im späteren Verlauf, dann hier unten. Sollte ich aber halt nicht kämpfen wollen, die Wahl habe ich auch. Ich kann sagen, ich möchte mich dem Kampf nicht stellen. Dann muss ich mir Verwundungen auf die Hand nehmen. Und das ist abhängig davon, in welchem Tageszyklus wir gerade sind. Sind wir in der ersten Tag- oder Nachtbereich, dann wären es zwei Verletzungen. Wir sind ja momentan am zweiten Tag. Also beim zweiten Tag und bei der zweiten Nacht müssten wir uns schon drei Verletzungen auf die Hand nehmen. Ja, und am letzten Tag oder beziehungsweise in der letzten Nacht wären es dann sogar vier Verletzungen. Was natürlich dann nicht so toll wäre. Heißt, wir hoffen jetzt, dass keine Angriffsaktionskarte kommt. Wenn doch, dann muss ich ja mit den Verletzungen leben, um halt weiter bestehen zu können. Weil ich glaube, ich kann sein Heer jetzt noch nicht bezwingen. Das zum theoretischen Ausblick. Wir räumen noch unseren Spielbereich auf und dann werden wir ja sehen, was Volker macht. Dann räumen wir noch schnell auf. Das heißt, die gespielten Karten gehen wieder in die Ablage zurück. Der Mana-Würfel wird neu geworfen. Und wir haben ein grünes Mana, welches in die Mana-Quelle zurückkommt. Und dürfen zum Schluss natürlich wieder drei Karten nachziehen. Haben wieder die Wut. Das Richtschwert und unermüdlich. Das ist gut. Die Bewegung, die wird uns helfen. Aber jetzt ist Volker dran und dann hoffen wir mal das Beste. Und dann hoffen wir mal auf General Volkers Gnade und er wird sich ausruhen. Das ist erstmal gut. Er bleibt stehen. Dann müssen wir uns zwar immer noch Fersengeld geben, weil er sich jetzt nicht von uns wegbewegt. Aber besser als gar nichts. Und die Einheiten kann er sich beeinflussen. Weiß in dem Sinne bleiben auch die furchtsamen Einheiten im Repertoire. Und wir sind wieder am Zug. Und da werde ich jetzt versuchen, etwas Bewegung zu generieren. Ja, das ist die einzige Bewegungskarte, die ich habe. Brauche ich blaues Mana. Blaues Mana habe ich nicht in der Mana-Quelle. Aber ich habe zum Glück diese Mana-Quelle. Und diese besagt mir in der verstärkten Version. Ich darf mir einen Mana-Würfel aus der Quelle nehmen. Egal welchen. Und darf ihn auf eine Seite drehen. Außer Gold. Und darf mir dann zwei Mana-Marker in der entsprechenden Farbe in den Spielbereich legen. Und die Würfel gehen dann ungewürfelt in die Quelle zurück. Da gehen wir mal rüber. Für die verstärkte Version dieser Mana-Quelle benötige ich ja erstmal ein weißes Mana. Da benötige ich ganz normal meinen Würfel aus der Mana-Quelle. So wie er benötigt ist. Und jetzt darf ich mir als Effekt einen weiteren Würfel aus der Quelle nehmen. Und dann nehme ich natürlich so einen schwarzen. Drehen auf eine Seite meiner Wahl außer Gold. Was dann für mich blau wäre. Und kriege jetzt zwei Mana-Marker in der entsprechenden Farbe in den Spielbereich. Dann lege ich mir diese erstmal hier so auf die Karte. Weil danach geht der Würfel wieder ungewürfelt in die Mana-Quelle zurück. Aber diesen Bereich, der geht erstmal zu mir in den Spielbereich. Ja, und da kommt die Karte gespielt erstmal zurück mit dem Würfel. Den würfeln wir dann erst am Zugende. Und habe jetzt hier zwei blaue Mana. Keine Kristalle, sondern Mana-Tokens, die ich jetzt hier in diesem Zug verwenden sollte. Oder ja, wenn möglich. Klar, einer geht, wie schon gesagt, hier auf unermüdlich. Und das generiert mir vier Bewegungspunkte. Und ja, zusätzlich einen weiteren Bewegungspunkt für jede Karte, die Bewegung mir noch irgendwie gibt. Also selbst wenn ich jetzt quergespielte Karten nehme. Wenn ich jetzt die Karte quer spielen würde, eins, dann wäre die dann schon zwei Bewegungen werden. Kann ich ja später noch machen. Ich will erstmal sehen, was ich mit diesen vier Bewegungen tue. Und die ersten zwei Punkte von den vier Bewegungspunkten nutze ich dafür, um hier neben den Magieturm zu kommen. Es ist Tag und ich kann hineinspähen. Weil dann kann ich mir jetzt überlegen, tue ich die zwei nächsten Bewegungspunkte investieren, um hineinzurücken, um diesen zu überfallen. Oder lediglich zum Aufdecken, weil die vielleicht zu stark sind oder ich sie mit meinen Karten nicht bezwingen kann. Und da bekommen wir ein paar Zauberer. Die sind ganz gut mit Feuer. Mal sehen, was wir damit machen können. Und ich glaube, ich werde diese Feuermagier nicht angreifen. Ich habe zwar hier meinen Eisschirm. Der würde aber auch gut effektiv blocken können von den sechs, drei Stück. Egal jetzt, ob welche Version, habe aber dann immer noch drei weitere zum Blocken übrig, die ich irgendwie ja, wenn möglich, mit Eis blocken müsste. Habe ich aber nicht. Das heißt, die restlichen drei könnte ich nur physisch blocken. Und da bräuchte ich wieder das Doppelte. Das heißt also nochmal sechs Block. Und das habe ich einfach nicht in dieser Menge. Aus diesem Grund werde ich hier diese Feuermagier nicht angreifen. Und werde die zwei weiteren Bewegungspunkte dafür verwenden, um hier erstmal aufzudecken. Und da kriegen wir folgendes. Wenigstens ein Kloster dabei. Und dann sehen wir auf dem neuen Feld ein Kloster. Da ziehen wir gleich eine Aktionskarte noch für das Einheitenangebot. Und ein neuer Org kommt hinzu. Hier unten haben wir noch ein Dungeon. Und hier auch noch eine Lichtung, wo wir uns gegebenenfalls heilen könnten. Oder goldenes Mana generieren könnten. Brauchen wir aber nicht. Aber hier der Org ist hier mal wieder im Weg. Aber auf den können wir uns vielleicht dann gleich noch kümmern. Als erstes für das Kloster die neue Aktionskarte. Und da haben wir eine Feuerkugel, die ins Einheitenangebot geht. Und der umherziehende Org wird sein. Okay. Einer mit brutalem Angriff und ein bisschen physisch resistent. Sieht aber jetzt nicht so dramatisch aus. Ja, dieser kommt hier hin. Ja, und damit erübrige ich auch unsere Frage, ob wir uns weiter bewegen. Weil hier will ich ja nicht reingehen. In die Richtung auf alle Fälle nicht. Dann werde ich jetzt hier stehen bleiben müssen. Und werden natürlich die Orgs provozieren. Denn ja, nächste Runde muss ich hier irgendwie... Auch hier ist wieder in den See gekommen. Mir bleibt wirklich nur noch der Weg hier unten lang. Um halt vielleicht dann zu dem Kloster zu kommen. Und dort halt noch, ja, mit etwas zu stärken. Vielleicht muss ich auch wirklich mal wieder die Keule rausholen und das Kloster niederbrennen. Mal sehen, weil, wie gesagt, wir brauchen auf alle Fälle noch für unsere Tokens noch die Einheiten. Damit wir ein gutes Heer haben, um gegen Wolk herzuziehen. Okay, dann schauen wir mal, was wir mit diesen Orgs machen können. Ja, Fernkampf können wir uns sparen. Unsere Armbrutsschützen sind schon benutzt worden. Ansonsten haben wir nichts mehr. Müssen wir überspringen. Das heißt, wir müssen jetzt blocken. Dafür habe ich natürlich jetzt hier einen Eisschirm. Ich habe sogar noch ein blaues Mana übrig, was ich verwenden kann und auch sollte. Bedeutet, wir haben schon mal Eisblock 3. Wir brauchen noch einen weiteren Block. Und dafür spiele ich das Richtwert seitlich. Wirklich bringen tut es mir hier in diesem Kampf nicht. Und ich glaube, die nächste Runde wird auch nicht mehr so kampflastig sein. Das heißt, ich werde das seitlich spielen und habe jetzt den vierten Block. Um halt diese Orgs runterzublocken. Und ja, muss mich jetzt noch mit drei Rüstungen rumschlagen, die auch eine Resistenz haben. Aber mein Eisschirm besagt ja, wenn ich das hier geblockt habe, reduziert sich die Rüstung um drei. Wäre null. Aber Minimum eins. Das heißt, eine Rüstung hat er noch drauf. Und auch diese ist physisch. Bedeutet, ja, wenn ich jetzt physische Angriffe fahre, was ich ja hier tun werde, brauche ich zwei Angriffe. Aber das ist ja durch die Wut überhaupt kein Problem, weil zwei Angriffe drauf. Und in dem Sinne haben wir diese Orks auch besiegt und bringen uns vier Ruhm. Und somit eins, zwei, drei, vier. Und da es natürlich Orks waren, kriegen wir ein Ansehen dazu. Plus eins. Gar nicht mal so schlecht. Aber es ist noch ein langer Weg bis zur nächsten Fähigkeit. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Dann räumen wir wieder unseren Spielbereich auf. Die zwei blauen Mana Tokens gehen wieder zurück. Alle gespielten Karten gehen in die Ablage. Dann haben wir hier noch den Mana Würfel, den wir gleich noch werfen müssen. Und da bekommen wir, ja, ein goldenes Mana. Sehr gut. Das legen wir mit Freude zurück und hoffen uns, dass uns das Volk ja nicht klaut. Dann haben wir noch zwei Karten übrig. Bedeutet, Planung zählt noch. Und wir können bis zu sieben Karten wieder ziehen. Aber ich glaube, ja, so viel habe ich nicht mehr. Und in dem Sinne, alles, was ich noch habe, ist dieses. Gar keine so schlechten Karten. Mal sehen, was wir damit in Summe machen können. Dann geht es jetzt rüber zu Volker. Und Volker wird sich bewegen. Eine weiße Aktionskarte. Und somit weiter Richtung Portal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Naja, es dauert nicht mehr lang. Zusätzlich verbraucht er auch noch weißes Mana, was nicht in der Quelle ist. Aber wie gewonnen so zerrollen das Goldene, verbraucht er dafür. Und legt ein grünes wieder zurück. Dann sind wir jetzt wieder dran. Dann werden wir uns diese Runde, ja, parallel zur Volker begeben, ein bisschen Bewegung produzieren, um uns bis zum Kloster zu bewegen. Dafür bespiele ich als erstes die verstärkte Wirkung von Konzentration. Dafür benötige ich ein grünes Mana aus der Manaquelle. Und damit verstärke ich die Konzentration und habe, wenn ich die Konzentration in Kombination mit Ausdauer spiele, weil ich kann ja jetzt die verstärkte Version einer Karte spielen, plus zwei, habe ich hier schon sechs Bewegungen. Ich spiele Schnelligkeit dazu, habe ich schon acht Bewegungen. Und noch die Ritterlichkeit seitlich, habe ich neun Bewegungspunkte. Und die verwende ich wie folgt. Drei Bewegungspunkte für das Waldgebiet. Vier Bewegungspunkte für den Sumpf sind wir bei sieben. Plus zwei weitere, um in das Kloster zu kommen, sind insgesamt neun Bewegungspunkte. Und damit ziehe ich jetzt hier direkt, ja, neben dieser Orks, aber da will ich eigentlich nicht hin. Ich will ja ins Kloster, weil ich jetzt hier noch etwas vorhabe. Als nächstes möchte ich jede Menge Einfluss generieren. Und da habe ich ja auch einiges hier zur Verfügung, was ich benutzen kann. Leider ist meine Manaquelle ja schon verbraucht durch die Grüne von der Konzentration, aber ich habe ja noch ein bisschen was im Vorrat. Als erstes benötige ich die verstärkte Version von Bedrohung. Sind Einfluss 5. Ja, Ansehen reduziert sich dann am Ende der Runde, aber erst am Ende der Runde. Des Weiteren Einfluss 4 für die verstärkte Version von Zusicherung. Sind wir schon bei Einfluss 9. Und zu guter Letzt habe ich ja auch noch die Illusionisten. Auch die gewähren mir, wenn ich sie nutze, nochmal Einfluss 4. Habe ich schon mal Einfluss 13. Und diese 13 Einfluss werde ich jetzt im Kloster für eine komplette Interaktion verwenden. Heißt, ich kaufe jetzt im Kloster ein, was es so gibt für 13 Einfluss. Und da müssen wir natürlich ins Einheitenangebot, denn Einheiten sind dort, die man holen kann. Und das Zweite natürlich, die erweiterten Aktionen, die im Einheitenangebot liegen, kann ich ja im Kloster erlernen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, zu den 13 Einfluss bei der Interaktion kommt jetzt noch ein 14 dahin zu, den ich ja durch mein Ansehen bekomme. Für eine Interaktion kriege ich halt ja etwas dazu. Aber halt nicht für jeden Kauf ein Ansehen dazu, sondern für die komplette Interaktion. Das heißt, die 13, die ich jetzt habe, plus die 1, bin ich jetzt schon bei 14 Ansehen. Beziehungsweise 14 Einfluss. Und da werde ich mir für 14 Einfluss als erstes hier diese wilden Mönche holen, die ich ja im Kloster rekrutieren kann. Die kosten eigentlich 7 Einfluss. Jedoch ihr wisst, ich habe das Treueband, was ich ja auch noch bestücken möchte. Und das Treueband sagt mir, wenn ich eine Einheit hier zuordne, muss ich 5 Einfluss weniger bezahlen. Das heißt, mir kosten diese Mönche nur 2 Einfluss, weil 5 kann ich jetzt wegmachen davon. Ja, habe ich noch 12 Einfluss übrig. Ja, und die Mönche habe ich als erstes schon mal rekrutiert. Aber im Treueband, die kann ich dann ja nicht mehr loswerden. Heißt, ich habe jetzt noch 12 Einfluss übrig, die ich verwenden kann. Und wenn wir uns nochmal die Karte nehmen vom Kloster, da steht ja auch hier beschrieben, wir können jetzt aus dem Angebot der Einheiten die erweiterten Aktionen für 6 Einfluss je erweiterte Aktionen, ja 12 Einfluss, relativ leicht zu rechnen, dürfen wir uns noch 2 erweiterte Aktionen nehmen. Und da haben wir diese 3 erweiterten Aktionskarten im Einheitenangebot für die 3 Kloster auf dem Feld. Und da nehme ich Blutritual und Feuerkugel für die 12 Einfluss, die ich noch übrig habe. Ja, dann habe ich das Einheitenangebot dieser Runde schon relativ leer gekauft. Die Mönche habe ich jetzt dort oben platziert. Ja, die 2 Aktionskarten, die ich jetzt bekommen habe, die Reihenfolge ist jetzt egal, könnte ich jetzt aber festlegen, da ich hier gekauft habe, welche Reihenfolge. Gehen wieder zurück auf mein Handlungsdeck, was ja gerade leer war, aber jetzt wieder 2 Karten innehat. Dann heißt es jetzt aufräumen, das gesamte Mana, was wir gespielt haben, gehen raus. Alle Karten, die wir benutzt haben, das sind ja wirklich alle diese Runde. Aber ich glaube, das war eine sehr effektive Runde, wie ich meine. Ja, und dann Mana-Quelle neu werfen. Und wir haben ein schwarzes Mana, welche zurück in die Mana-Quelle gelegt wird. Ja, schon der zweite Würfel, aber der Tag geht ja auch bald zur Neige. Und dann können wir zum Glück eine neue Mana-Quelle kreieren. Dann ziehen wir unsere Kartenhand wieder voll. Das sind genau die beiden Karten, die wir ja gerade gekauft haben. Und die haben wir jetzt für die nächste Runde noch bereit. Mal sehen, ob wir sie benutzen. Aber erstmal ist Volker dran. Und unser Volker wird, oh, er bewegt sich wieder. Aber grüne Aktionskarte bedeutet, Volker geht hier in das Waldgebiet und ist dort in der Nacht auch etwas geschützt. Aber ihr seht, es ist nicht mehr weit. Er hatte viele Aktionskarten, er hat auch viele Doppelaktionskarten. Schon diese Zauberkarten, die wir gezogen haben. Ich hoffe ja, dass er die nächste Runde ein bisschen mehr pausiert, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, uns vielleicht hier unten noch etwas zu stärken. Oder am Dorf, muss man mal sehen, dass wir irgendwie vielleicht hier so rumkommen und ihn dann hier erwarten. Hängt ein bisschen davon ab, was für Karten er noch zieht. Vor allen Dingen auch, was wir für Karten ziehen. Aber er hatte eine grüne Aktionskarte. Das heißt, er verwendet das grüne Mana aus der Mana-Quelle. Und ja, würfel zum Glück wieder grünes Mana und nicht schon wieder schwarzes. Und damit sind wir wieder am Zug. Aber einen letzten Zug werde ich die Runde jetzt doch noch machen. Und zwar werde ich als erstes ja die Feuerkugel spielen für die normale Version. Und bekomme dafür einen roten Kristall für den Vorrat. Das Blutritual benötige ich nicht, weil ich habe zum Glück noch grünes Mana in der Mana-Quelle. Und das brauche ich gleich wie folgt. Und ich werde nämlich hier diese Orks provozieren, gleich im Nachbarfeld. Und ja, muss ich mich nicht bewegen. Bin direkt dran und werde sie gleich wie folgt zerstören. Sie sind zwar befestigt, aber Belagerungsangriffe funktionieren dennoch, weil sie sind ja nicht hinter Mauern, also nicht doppelt befestigt. Das heißt, mir reichen diese vier Belagerungsangriff, um diese Orks zu zerstören. Benötige ich aber, wie gesagt, ein grünes Mana. Das haben wir in der Mana-Quelle. Ich verstärke damit halt die wilden Mönche, Belagerungsangriff 4, um diese Orks auszuschalten. Wunderbar. Und das bringt mir auch nochmal zwei Ruhm. Und somit gehen wir auf 30. Und da es ja umherziehende Orks waren, steigt unser Ansehen auch nochmal um einen weiteren Punkt. Gut, dann räumen wir wieder auf. Die gespielte Karte geht raus. Die Mönche hatten wir ja eingesetzt gehabt. Und ja, die Mana-Quelle muss wieder neu geworfen werden. Und ein blaues Mana geht zurück in die Quelle. Und damit ist schon Volker dran, denn wir können keine Karten mehr aufziehen, denn unser Handlungsdeck ist leer. Und Volker bewegt sich schon wieder. Ja, grüne Aktionskarte bedeutet, er geht hier in die Berge und ist für uns dort unangreifbar, weil wir dürften nicht in die Berge ziehen, um ihn anzugreifen. Da ist er recht gut geschützt. Auch hier wäre er das dann noch. Da müssen wir dann schon warten, dass er hier runterkommt. Aber irgendwann wird er dies tun. Grüne Aktionskarte bedeutet grünes Mana. Wir haben keins in der Quelle. Das heißt, alles bleibt dort beim Alten. Und damit sind wir wieder im Zug. Wir haben nur noch das Blutritual, haben keine Karten mehr am Handlungsdeck. Das heißt, ich werde jetzt an dieser Stelle das Rundenende einläutern. Ja, Volker hat dadurch keinen Zug mehr. Und dann starten wir in die nächste Nacht. Bedeutet, wir machen unsere Einheiten komplett wieder bereit. Unsere Fähigkeit ist bereit. Nehmen unsere Ablage zusammen mit der letzten Karte. Wir mischen das gut durch. Legen das dann wieder als unser Handlungsdeck bereit. Die Taktikkarte geht aus dem Spiel. Benötigen wir nicht mehr. Dann bilden wir als erstes das Einheitenangebot neu. Das heißt, die gehen alle wieder unten drunter. Beachtet, wir hatten diese Runde ein Zentralteil aufgedeckt. Das heißt, Eliteeinheiten kommen jetzt mit ins Spiel. Und wir beginnen abwechselnd Eliteeinheit. Ja, furchtsame Feuergolems haben wir hier. Dann haben wir Bauern, Heroen und Wächtergolems. Gar keine so schlechte Auswahl. Na, mal sehen, was wir daraus machen können. Dann gibt es für die Kloster natürlich auch wieder neue Aktionskarten. Einer hat man noch übrig, die geht weg. Und dafür kommen wieder drei neue. Und da bekommen wir Hilfsbedürftig, Frostbrücke und Gegenangriff. Auch keine schlechten Karten. Dann gibt es noch eine neue erweiterte Aktion. Die unterste fliegt aus dem Spiel. Und da bekommen wir Hinterhalt. Okay, das gleiche machen wir jetzt mit unserem Zauberangebot. Heißt, die Raumkrümmung fliegt hinaus. Und wir bekommen Wirbelwind. Okay, die ist auch nicht schlecht, um Einheiten aus dem Kampf zu nehmen. Könnte uns gegen Wolker gute Dienste leisten, wenn wir den Zauber kriegen würden. Und zu guter Letzt ziehen wir natürlich unsere Kartenhand auf. Auf sechs Karten. Und haben einiges an Bewegung, Kristallisation und einige Angriffssachen. Okay, mal sehen, was wir damit machen können. Und dann dürfen wir nicht vergessen, natürlich die Nacht noch einzuleuten, um eine neue Manakquelle zu erstellen. Und da bekommen wir ein weißes, ein rotes, ein grünes, ein blaues. Ja, von jedem was dabei. Mal sehen, was wir draus machen können. Und jetzt müssen wir nur noch unsere Taktik wählen. Und da werde ich diese Runde mal Kräftesparen nehmen. Kräftesparen heißt, ich werde zu Beginn meines Zuges eine Karte von unserem Handlungsdeck hier drauflegen. Oder ich kann zu Beginn meines Zuges alle Karten, die hier draufgelegt sind, auf die Hand nehmen. Heißt, ich kann mir jetzt einen richtigen Vorrat an Karten ansammeln. Ich weiß aber nicht, welche hier drauf sind. Das ist der kleine Nachteil dabei. Aber wenn ich hier vielleicht so vier, fünf Karten drauf habe, habe hier sechs Stück, dann hätte ich dann schon insgesamt elf Karten, um halt in den Kampf zu ziehen. Und mal sehen, ob wir das gut nutzen können. Das heißt, Kräftesparen geht hier an die Seite. Und dann ist jetzt noch unser Wollkehr dran. Und da wir schon die sechs haben, dürfte eigentlich nichts weiter passieren. Egal, was er zieht. Er ist auf alle Fälle vor uns dran. Und damit wird er diese Runde ausruhen. Das heißt, er benutzt seinen Würfel und hat ein blaues Mana. Das nützt ihm nichts, um die Einheiten zu vertreiben. Und damit sind wir Anzug. Ja, liebe Freunde, wie ihr es gewohnt seid an dieser Stelle. Ja, wieder eine kleine Pause. Ihr habt hier noch unsere Kartenhand. Unsere Einheiten sind alle bereit. Unser Mana-Vorrat sieht okay aus. In der Mana-Quelle haben wir jedes Grund-Mana, was wir benötigen könnten. Und so sieht es bei Mage Knight auf der Landschaft aus. Hier aus Wollkehr, ja, nicht mehr weit entfernt. Wir haben hier noch ja Möglichkeiten, uns noch ein paar Punkte zu holen. Hier unten vielleicht über das Kloster oder dieses Flüchtlingscamp. Oder wir nehmen den riskanten Weg hier direkt an Wollkehr vorbei. Müssen wir uns dann mal in Ruhe überlegen. Und bevor ich die heutige Ausgabe schließe von Genus Solo, Mage Knight, eine kleine Korrektur noch. Wir haben natürlich noch ein Ansehen verloren, als wir die Bedrohung im letzten Zug gespielt haben, um uns den Einfluss zu generieren. Das möchte ich nicht versäumen, noch nachzuholen. Und da wir an der nächsten Ausgabe auch gleich mit unserem Zug beginnen wollen, und dass ich es nicht vergesse jetzt in der kleinen Pause, natürlich Kräfte sparen. Zu Beginn eines jeden Zuges die oberste Karte vom Handlungsdeck halt hier auf die Karte. Da schläge ich sie am besten ein bisschen drunter, damit ich das sehe. Beziehungsweise ich kann natürlich auch wählen, die Karten, die ich hier drunter habe, am Zugbeginn zu nehmen. War ja jetzt leer, deswegen macht es nur Sinn, eine Karte drunter zu legen. Nur damit ich es nicht vergesse, mache ich das jetzt schon. Natürlich muss ich dann die nächsten Züge immer dran denken, die oberste Karte hier drunter zu legen. Oder halt mir alle Karten auf die Hand zu nehmen. Ja, und das soll es für heute dann auch gewesen sein. Und damit endet unsere heutige Ausgabe von Genus Solo Mage Knight, das Brettspiel mit der Erweiterung Die Verschollene Legion. Zusammengefasst mit dem Fortschritt meines Charakters Wolfhawk bin ich eigentlich recht zufrieden. Ich habe gute Karten gekriegt, habe ein paar Einheiten. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist natürlich Wolkjahr, der noch ziemlich, schon ziemlich nah an unser Portal gekommen ist. Nichtsdestotrotz, man kann sich das Spielfeld im ganzen Jahr nochmal angucken und weiß ungefähr, wie viele Schritte Wolkjahr braucht, um bis zum Portal zu kommen. Und wie viele Aktionskarten er an seinem Deck insgesamt hat. Das heißt, wenn es nicht ganz so schief läuft, sollten jetzt einige entweder Angriffskarten kommen. Also die roten, die halt ihn nicht bewegen lassen. Oder es kommen Verletzungskarten. Kann natürlich auch schlecht laufen, wenn natürlich jetzt die restlichen Aktionskarten hintereinander kommen. Dann ist er schnell im Portal. Das muss ich aber riskieren. Das werden wir dann in der nächsten Ausgabe sehen. Wenn ich dann versuche, noch einen anderen Weg einzuschlagen und nicht gleich auf Wolkjahr draufstürme. Weil ein kleines bisschen Verstärkung wird mir noch gut tun. Dann hoffe ich, ihr habt wieder etwas Spaß. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Oder abonniert gar den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Dann bleibt mir nur dazu sagen, habt Spaß am Spiel. Bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Genu. Untertitelung Nummer POL